Guten Morgen zusammen! Heute schauen wir zusammen, wie die neuen Skilehrer von Saison 17 und 18 angelehrt werden in der Skischule Adelboden. Geniessen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Steff, du hast die neuen Skilehrer angelehrt oder ausgebildet. Kommt das gut mit denen? Wir sind voll im Fahrplan. Wir sind die Bewegung am Reinhammern. Ich habe das Gefühl, wir sind auf dem richtigen Weg. Sehr gut. Ihr seht also, wir sind alle bereit für die Saison. Kommt vorbei und sonst bis nächste Mittwoch zum nächsten Videoflog. Bis dann, ciao! Woohoohoohoo!